Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Battlefield 4 und ähm ja wir sind noch dabei Richtung Sekunde äh Singapur und ja das ist jetzt die Tür öffnen in der Folge sind wir von der Brücke geflogen da ein mittelgroßes Schiff reingefahren ist ja mittelgroß ist gut Riesenschiff so eigentlich die Tür kommt zu weil das so gut weil das so der Sturm geht die Regen grad ziemlich leise aber auch die Aussteiger ein bisschen untergedreht weil es in jeder Folge auch Arbeit 31 Prozent der Aussteiger war es doch ein bisschen leise finde ich also ein bisschen laut bis zu 32 Prozent sollten wir hinkriegen so blöd sind wir auch nicht so ähm da geht's hoch ne Den hat das Meer geholt ja ich hab keine Ahnung wer das war Das war ich nicht sorry so Ne Man darf ja auch in einem Let's Play Röpst ich meine das ist ja nicht so als wäre das ein Weltuntergang Wo sorry Oh Scheiße Ja da war den Kopf noch das Ding durchgestreckt ich dachte mir Yo Jetzt oder Nein Scheiße wieder zurückgezogen Ich hab keine Muni mehr Ich hab keine Muni mehr Ich habe keine Muni mehr so alle tot erstmal kurz munition holen gehen es mir gefällt ja dafür gar nicht ich bin da lieber für so eine behalte sie dies gar harsch der letzte rott wieder zurück zu der farmas so ist noch genug so wo geht es lang da hoch mal kommen jetzt hinterher ich führe euch nicht du finde ich aber ehrlich gesagt auch so also muss ich nur aus seiner gegenkommen ich glaube im holly shit so normal mit der snap weg wir haben ja okay wir haben jetzt war die zeit ganz schön auf die zeit ganz schön ausweiterlich nicht die zahl ganz schön aus dem druck so die teilt ganz schön aus meinig schön getroffen hätte ich nicht gedacht aber habe ich anscheinend und die nächsten sind wo da unten waren das schon alle ne das kann nicht sein never never ever never ever so perfekt es geht abwärts aber hier scheint es alles gewesen zu sein guck mal hier hinten noch ein bisschen rum keine chance oder okay ich glaube es ist recht egal wo ich jetzt rumrennen würde ja genau mit mag habe ich gemacht mehr nicht oder was schönes ding der grüße aber so ist es halt ich hart im bändischen ganz in ordnung also sie steht hier nicht mit Okay, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat es auch einen Hitmarker gegeben. Auf hier stand es genau in den Kopf. Hitmarker. So muss es sein. Alter. Hitter die einfach mal hier rein, das ist unfassbar. 95 Kills bis jetzt. 25 Kopftreffer, 11 Multikills. Hä, wie habe ich Multikills über Snabbing gekriegt? Fragen über Fragen. Kollegen des bewegten Bildes. So, einmal kurz verfailt, aber... Im Moment der Modus wäre es zum Beispiel schon tot gewesen, zu verfailen, aber... Alter, hä? Hä? Ich kann das Ding nicht treffen. Hä, verstehe ich nicht. Ich habe genau seinen Kopf getroffen, wie ich vorhin auch... Äh, ist doch einer, oder? Keine Ahnung. Schon wieder! Ja, jetzt auf einmal, oder was? Ich habe genau gesehen, wo die Kugel hingeflogen ist, aber er hat nicht getroffen. Hä? Da hinten... Warum macht das von der Distanz immer einen Hit? Vor allem so ein guter Schuss. Ich mache doch keinen Hit, Marker. Ich habe auch geschossen, hier nicht. Ja, der ruft gesichert, aber das sind noch voll viele Gegner, oder? Ich habe auch einen Held. Also den... Also den hätte ich wirklich gerne als Anführer. Ne? Komm raus, kleiner. Einmal noch. Böse, 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 Böse. Garrison, mach das! Nochmal! Da startet sie! So! Oh mein Gott, Garrison schießt! Links, 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 links! Wow! Ach du Kacke! Ah, holy... Ich kann gar nichts machen! Was ist jetzt passiert? Sind wir tot? Leben wir noch? Okay, wir leben noch. Pack! Nein! Warum verdammt? Nicht Pack! Jetzt lass die Scheiße! Ach du Scheiße! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ach du... Nein! Ist nicht wahr! Ist nicht wahr! Verrät ihr einfach! Den nehmen wir! Sorry, Rekka! Aber ich habe keine Wahl! Nicht ihr Ernst! Nicht ihr Ernst! Also ohne Witz, ne? Das ist nicht ihr Ernst! 22 Marines beim Angriff gefallen! Wir haben nicht genug Ressourcen, um alle Verwundeten... Das von Shang kontrollierte Gebiet liegt hinter uns, Doktor! Aber es ist noch nicht vorbei! Wir brauchen alle unsere Leute einsatzbereit! Und Tombstone, Sir? Sie sind nicht unter den Toten! Oh Scheiße! Okay, okay! Was noch? Wenn sie erwischt werden? Wie stehen die Chancen? Wenn Shang sie hat, werden wir sie vermutlich nie wiedersehen! Das werden wir nicht zulassen! So, ich würde sagen, es war's mit dieser Folge, wo wir in der nächsten Folge sind! Das sehen wir jetzt noch kurz! Und dann ja, bis zur nächsten Folge, Leute! Und tschüss! Ihre Mission in Shanghai ist als Wrecker! Wie laut hätte sie? Okay, wir sind anscheinend irgendwo... Wir werden grad gefoltert! Boah, der Sound! Ja, Leute! Ach du Scheiße! Kann ich das kurz anhalten? Ja, kann ich! Ich muss echt beenden! Also, Leute! Bis zur nächsten Folge! In der nächsten Folge! Jetzt sehen wir dann, wie es weitergeht! Und dann ja! Tschüss!